Das ehrenamtliche Engagement der Helfer vor Ort in Unterhamersbach und Oberhamersbach wird rund um die Uhr ausgeführt. Die fünfköpfige Gruppe des DRK-Ortsverbandes steht in ständiger Bereitschaft, um für die Menschen in Not da zu sein. Die Helfer vor Ort, das sind Marius Heizmann, Barbara Schwarz, Lilian Schilly, Sibylle Gohler und Bernd Leifer. Und ihr Einsatz kann jederzeit beginnen. Wenn der Rettungswagen in Zell der Rettungsleitstelle in Offenburg bei einem Notfall nicht zur Verfügung steht, machen sich die Helfer vor Ort auf den Weg. Jederzeit und ehrenamtlich. Mit Privatautos wird im Einsatzfall ihr DRK-Depot in Unterhamersbach angefahren. Ausgerüstet mit einem eigenen Einsatzwagen sind sie aufgrund der Ortsnähe und ständiger Verfügbarkeit von dort aus in wenigen Minuten beim Patienten oder beim Unfallort. Und das kann lebensrettend sein. Die ausgebildeten Rettungshelfer und Rettungsassistenten waren seit der Gründung im Jahr 2010 bereits bei über 550 Einsätzen als Ersthelfer vor Ort. Die Motivation von unserer Gruppe und mich, ja, anderen Leuten helfen, das ist eigentlich primär unser erstes Ziel. Ehrenamt ist ein Amt, wo es umsonst ist, aber wir machen es gern. Also es kommt von Herzen. Wir sind eine tolle Gruppe, fünf Mann und natürlich auch zwei Frauen. Ja, es macht einfach Spaß, den Menschen helfen. Bis zum Eintreffen des Notarztes aus Hausach oder Offenburg dauert es im Hamersbach und Nordrachtal oft einiges länger als die vorgeschriebenen 15 Minuten. In dieser Zeit kümmern sich die Helfer vor Ort um die medizinischen Notfallpatienten und Unfallopfer. Nicht selten sind diese umfangreichen Erste-Hilfe-Maßnahmen dann auch lebensrettende Maßnahmen. Um noch schneller vor Ort zu sein, fahren die freiwilligen Helfer auch oft mit ihrem Privatauto den Einsatzort direkt an. Sie sind zur Versorgung der Patienten unter anderem auch mit einem Blutzuckermessgerät und einem Defibrillator ausgerüstet. Alles natürlich mit hohen Anschaffungskosten verbunden. Wir brauchen neues Material, das verfällt und und und. Also dieses Geld ist eigentlich gut angelegt für den laufenden Prozess. Also es wird bei uns kein Geld genommen für Partys und Festeln, sondern einfach, wir brauchen das Geld und wir sagen einfach Danke, wenn wir was kriegen. Ja, weil die laufenden Kosten sind schon enorm. Vorgeschlagen für den Kinzigtaler Ehrenamtspreis der Sparkasse Hasslach-Zell wurden die Helfer vor Ort unter Oberhammersbach von Friedebert Steele aus Oberhammersbach. Wenn man nachts um halb eins eben jemand das Rote Kreuz anruft oder die Helfer vor Ort anruft, dann sind die eben zwei, fünf Minuten später sind die da. Und das ist in Oberhammersbach gar keine Selbstverständlichkeit, weil wir halt doch schon bis Zell brauchen wir zehn Minuten und bis zur Klinik nach Offenburg noch mal weitere 30 Minuten. Da ist jede Minute sehr, sehr, sehr kussbar. Es gibt halt auch tatsächlich schon einige, in Anführungszeichen Überlebende aus dieser Aktion, die daraus sagen können, deswegen lebe ich weiter. Man sagt manchmal, die jungen Leute, die bringen nichts mehr, die sind im sozialen Bereich nicht engagiert und das stimmt überhaupt nicht. Stimmt gar nicht in Bezug auf die Helfer vor Ort. Ehrenamtlich mit größtem Einsatz und höchster Verantwortung. Menschen zu retten und zu versorgen, wenn der Notarzt noch nicht unterwegs ist. Erstversorgung bei Notfällen und Rettung von Menschenleben. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. An 365 Tagen im Jahr. Zum Wohle der Menschen in unserer Region. Dafür stehen Sie. Die Helfer vor Ort. Vom DRK Ortsverband unter Oberhammersbach. Vom DRK Ortsverband unter Oberhammersbach.